Ach nee, da kommt noch einer. Jawoll, das ist nicht meine Schuld hier. Ihr seht, dass das nicht meine Schuld ist. So, alles klar. Ein herzliches Willkommen in die Runde. Schön, dass ihr da seid. Machen wir es mal halt. Jawoll. Meine Damen und Herren, willkommen. Auf der Nebelmaschine. Es gibt wahrscheinlich noch Leute, die nicht beschweren. Ich bin sehr geiler. Ich bin sehr geiler. Tübser, willkommen an Schwuppe. Ja, ich weiß, es sind jetzt Ferien. Aber trotzdem noch eine kleine, nachträgliche Physikstunde für euch. Das hier, was ihr jetzt hier verspürt, das ist die sogenannte Zentrifuge einfach. Merke ich kaum. Was war die Gegenfrage? Ja, selbstverständlich. Kommt doch. Ja, ja. Aber wenn der Druck nachlässt, ist schön. Ja, die Männer kennen das. Ach, das war echt schön. Herrlich. So, Freunde. Ich würde mal sagen, genug um die Eier, genug um die Kuschel, genug um die Schmusstier. Schmutz mit den Zeiten. Wird nicht gut. Wird nicht gut. Schmutz. Wird nicht gut. Wird nicht gut. Es ist Alarm, es ist Alarm, es ist Alarm. Was ist ... Alarm ist eigentlich gerade? Und Kalki! Das ist der Laufgast! Komm schon vor, komm schon vor! Wir haben uns verlassen! Wir wollen jetzt aber viel Kalki! Der totale Wahnsinn, Freunde! Das ist der ultime T-Me-Trip hier! Leute, wir machen Sommarino! Wir packen Sommarino! Wir drinnen Sommarino! Ja, wenig! Ganz glücker, ganz easy, ganz sexy aus der Hüfte geschaut, ne? Jawoll, Schätzchen! Schwingt einen kleinen Klöckigen! Ah, wie in Oska einen kleinen Klöckigen! Ah Mensch, das war schade! Und dann schießt halt den großen Schwanken! Scheiß egal! Hauptsache, es spielt Bibi! Oh yeah! Hat die gute Bibi! Wir machen Sommarino! Lass! Wir machen Sommarino! So, Freunde! Sieht ja schon mal nicht schlecht aus, ne? Alles noch gut bei euch? Ja! Ja! Wollen wir noch mehr? Ja! Wenn man mal lauter darf! Wollen wir noch mehr? Ja! Oh, das ist mir hier zieht die Fuß, das Ganze hier! Ich würde mal sagen, wir machen es mal ganz einfach! Alle mal die Arme nach oben, die noch mal wollen! Alle die Arme nach oben, die Arme nach oben, die Arme nach oben, die Arme nach oben! Und jetzt klatschen! 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 Na also! Geht doch! Sie können uns auch da halten hier! Jawohl! Klatschen, Leute! Wir machen nicht fragen uns! Die wäre eigentlich nie! masturbieren wie Knes帥! Ich mache euch Liebe, wenn哦! pracieren! Töne taper과! Es war ebenso Hahaha! K phenomenal ein leger! Da ist doch Christoph, da ist doch schon noch ein paar Leute, Freunde, jetzt mal ehrlich, da ist doch noch der Ombi, und wir gehen rein, die Läußerung! Wo er fährt? Ja, genau. Er hat sogar relativ viele Klopfen. Eine Machen wir noch, eine Machen wir noch, eine Türen noch! Jetzt noch mal die letzten Läußerung! Die 1. 2. 3. 3. 4. 5! 5! 5! 6! 8! 9! 9! 10! 10! 10! 10! 10! 10! 10! 2! 1! 2! 2! 2! 2! 3! 5! 1!